Sie sollen mich ansehen. Sie hatten mich seit zwei Minuten nicht mehr angeschaut. Warum sprechen Sie plötzlich Deutsch? Denn ich möchte Sie mit Sie ansprechen. Hm, na, ja. Interessant. Sind Sie? Hm, mein Glieder ist so karp und hart und stark. Jetzt sollen Sie mich umarmen, mich gissen. Ich vermisse Sie. Vermissen Sie mich nun. Ich werde Sie gissen. Ich werde Sie gissen.